Genau diesen Sound mit einem iPhone oder iPad aufzuzeichnen, genau darum geht es jetzt. Hallo und vielen Dank fürs Reinschalten. Ich bin der Uwe und ich habe heute früh Post bekommen. Diesen kleinen Adapter, zweimal USB und Lightning auf Lightning. Mit dem kann ich mein auch relativ frisch bekommenes kleines Mini-Mischpult des Behringer Scenics Q502 USB direkt an mein iPhone hängen. Und dieses Mikro, was ihr hier seht, steckt dann auf dem Pult und ist somit mit dem iPhone als Rekorder verbunden. Super coole Sache. Wir switchen direkt auf die Ansicht Richtung Tisch und gucken uns das direkt mal zusammen an. Hier seht ihr jetzt also dieses kleine Setup, mit dem ich im Moment mein Audio aufzeichne. Das Mikro ist aus dem Bild. Moment, so. Da seht ihr es. Ich habe es einfach mal kurz hier vorgeschoben. Mein Mikro steckt hier auf dem Eingang. Diese beiden Strippen vom Mainout gehen im Moment Richtung PC. Ich zeichne auf mit OBS Studio und da hinten hängt der Strom dran und hier ist das USB-Kabel vorbereitet. Dann habe ich hier so eine Powerbank für mein Handy auf Lightning-Stecker, diesen neuen Adapter eben und mein iPhone. Jetzt gehen wir hier iPhone-mäßig mal in die Entsperre. Ich verlinke euch, by the way, diesen Adapter dann direkt noch in der Videobeschreibung. Mit dem mache ich das jetzt gerade. Link zum Mischpult hänge ich euch auch dazu. Also, easy Setup. Adapter ans iPhone. Strom auch mit drauf. iPhone lädt. USB-Kabel direkt da rein. Und jetzt wechsle ich schnell mal zur Sprachmemo-App. Fertig. Neue Aufnahme. So. Und hier kann man schon sehen, das ist noch zu wenig Pegel. Aber genau das, was ich hier mache, wird da aufgezeichnet. Würde ich jetzt hier den Main aufreißen, um mehr Pegel Richtung iPhone zu schicken, würde mir mein OBS total übersteuern. Das lassen wir mal. Aber wir machen jetzt live einfach Folgendes. Ich wechsle erstens zur... Achso, halt. Das sollte ich vielleicht stoppen. So. Ich wechsle zur Kamera-App. Hallöchen. Ich ziehe die Stecker hier. Und bin jetzt mit der Kamera, mit der Facecam am iPhone mit steckendem Mischpult verbunden. Noch sicher zu leise. Und jetzt gebe ich hier mal am Mischpult eine Runde Gas. Und ich gehe davon aus, dass wir jetzt einen lauten und vernünftigen Sound haben. Ich werde hier insgesamt in der kompletten Nachbearbeitung nichts anderes machen, als die Lautstärken der beiden Originaltöne sozusagen angleichen und erstmal überhaupt nichts dran schrauben. Vielleicht kurz, solange ich hier die Kamera noch halte, die Settings, man sieht es ja auch auf der Topcam, die Settings von dem Mischpult. Mein Mikro, das ich hier habe, ist relativ höhenlastig. Deswegen seht ihr hier, ich habe die Höhen abgesenkt, die Bässe ein bisschen angehoben. Ich bin ja eh ein bisschen dick, aber ich wollte einfach mal fett klingen. Und deswegen hier Bässe ein wenig aufgedreht. Pegel sollten, denke ich, so passen. Hier arbeitet auch der Kompressor schon ein kleines bisschen mit, was, denke ich, jedem Podcast oder jedem Mobilfone-Video auf jeden Fall für einen Sound helfen kann. Und das war auch schon das ganze Setup. Ich muss meinen Pegel wieder angleichen, damit ich meinen OBS nicht überfahre. Und das war schon dieses kleine Setup, das, denke ich, wunderbar funktioniert und preismäßig auch noch völlig im Rahmen ist. Wenn ich jetzt überlege, dieses kleine Mischpult, kosten Fufi ungefähr, hat den einen Mikro-Eingang, hat zwei Stereo-Eingänge. Das heißt, man könnte jetzt noch was draufhängen, um Musik abzuspielen etc. kann gleichzeitig seinen Podcast oder sein kleines Video mit dem iPhone aufzeichnen. Großartige Nummer. Ja, Fufi-Mischpult mit Porto knapp 20, dieser Adapter-Lightning zu USB-Ladegerät fürs Handy. Ihr habt da sowieso ein Mikro jetzt wie dieses. Das ist ein Behringer B1, das habe ich schon Ewigkeiten. Also locker über zehn Jahre hat damals, denke ich, ein Hunni oder so gekostet. Da müsste man einfach mal gucken, was es gibt. Ich glaube, es gibt aktuell ein C1 von Behringer, was irgendwie auch so in der 50-Euro-Preisklasse liegt. Mikrofonstativ, ja, der kostet auch ein paar Euro. Es gibt ja aber auch kleine praktische Stative auf dem Tisch und so weiter. Ihr solltet eh gucken, wenn es fett klingen soll sozusagen. Und ja, dann muss das Mikro nahe zu euch ran. Weiter weg klingen solche Mikros einfach immer eher dünn. Ihr nehmt viel Raum auf. Ihr hört hier jetzt sicher auch ein bisschen Rauschen und Kram. Mein PC läuft mit, der steht da so anderthalb Meter weg, der ein bisschen Krach macht. Und klar, dieses ganze Equipment ist nicht super hochpreisig. Da rauscht der Mikrovorverstärker schon mal ein bisschen. Das Mikro haut jetzt nicht so viel Pegel raus. Man muss den Pegel ein bisschen hochziehen. Das ist alles in einem Level, wo man sagt, man geht Kompromisse ein, Preis gegen Qualität. Aber im Vergleich zu einer Aufnahme mit den normalen Headsets, die mit den Telefonen mitgeliefert werden, mit Earbuds, mit was weiß ich für Billiglösungen, Lavalier-Mikrofon mit Lightning-Stecker, da gibt es ja auch etliches Zeug. Und ich bin der Meinung, da klingt sowas, auch wenn man ein bisschen einen Eingriff am Mischpult machen muss, wie ich jetzt, erheblich viel besser. Und wenn man sich dann noch die Mühe gibt in der Nachbearbeitung, das mache ich ab jetzt mal. Ein bisschen am Equalizer schraubt, nochmal ein Kompressor einsetzt, Pegel ein bisschen anhebt und einfach guckt, dass man einen ausgewogenen, guten Sound hat. Hat vielleicht mit einem Gate oder Expander arbeitet, um das ganze Rauschen wegzukriegen. Die Neuser könnte man einsetzen, die Esser, um die Zischlaute ein bisschen zu minimieren und so weiter. Dann bekommt man mit einfachen Mitteln ein wirklich sehr, sehr hörbares Signal, das mit Sicherheit besser klingt als alles, was jede Kamera so für sich aufzeichnet. Das war es für dieses Video. Wenn dir das gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo für meinen Kanal. Wenn du mehr Videos wie diese sehen willst, drück auch gern die Glocke unten, dann bekommst du eine Info, wenn ich was Neues raushaue. Ich freue mich logischerweise auch über Kommentare zum Video, Fragen, Kritik, Anregungen, was auch immer da kommt und bin auf jeden Fall über jeden Tipp dankbar. Ich versuche das Beste draus zu machen. Jetzt mal mit OBS aufgezeichnet. Das letzte Video war aus dem ATEM Mini Pro eine Aufzeichnung. Ich weiß noch nicht so genau, wie es weitergeht, aber ich will auf jeden Fall viele Inhalte machen. Wenn du also gerne ab und zu mal noch reinschellst, würde mich freuen. Danke fürs Reinschalten. Bis bald. Mach's gut.